Ich bin alleine. Noch jemand? Ich bin auch alleine, aber er hat ja nichts geworfen. Und das hier? Ja, Mahlzeit. Der hat aber einen ganz schönen guten... Und der Ryan Deer hat auch immer wieder Internet. Wo seht ihr das? Weil die dann so einen komischen roten Strich haben neben dem Namen. Na ja. Also ich habe schon eine Main die zwei Paletten rausnehmen müssen. Die da nehmen, die musst du schon rausnehmen. Weg da! Bist du oben oder unten? Ich bin unten. Okay. Aber er ist anscheinend... Er hat von mir abgelassen. Oder er hat mich verliert. Ja, er rennt jetzt irgendwo draußen rum. Er sucht jetzt irgendjemand anderen. Dann hat er sich jemand anderen gesehen. Achso, jetzt hat er mich wieder gefunden. Ich habe mich an mir hingestellt. So mich findet. Ah, der will starken, der kleine Mieser. Starken ist der Arsch, ey. Haken, weg da! Weg genau! Ja? Ja, wenn du die ganze Zeit gejagt wirst, ist das nicht so einfach. Was ist denn? Du kannst nicht so... Ja, der ist unsichtbar. Du hörst den jetzt nicht. Also da ist denn jetzt dein Mandel der Schatten. Da hörst du den nicht. Hm. Du musst, du musst auf so einen Flattern hören. Den, den sein Mandel flattert. Dicke, aber ich das hör. Du bist ja bloß auf jeden Fall da oben. Ja, trotzdem. Dann drehst du es bis und auf dein Headset. Dass du das Ohr weg springt. Ich spitte da rum. Ja! Okay, da ist ein komisches Perk dabei. Wenn die, äh, das Chains, die nicht repariert werden. Die gehen, werden versperrt. Ja. Der wird mich bestimmt schon ganz gut gestalkt haben. Hm. Hm. Dankeschön. Mhm. Warten jetzt, mein Chen. Ach, da hinten. So, pöckchen Chen. So, pöckchen Chen. Die anderen Chen sind alle auf der anderen Seite. Hm. Ne, hier, hier muss auch noch einer sein. Unten. Ja, andere Seite muss aber dringend raus. Was ist das jetzt? Der hat euch jetzt voll gestalkt. Der hat euch jetzt voll gestalkt. Du bist jetzt ein One-Shot. Ja. Und er läuft nach oben. Da ist jetzt raus. Ja, er kommt zum Hook. Komm, der kommt. Der kommt unter uns. Das macht mir die komischen Geräusche, alter. Ja, das ist ein Stand-Zombies. Das ist sehr hoch, der Rot ist schon. Ja, guck, hier durch. Hier durch Fenster. Hier ist noch irgendwo ein Chen gewesen. Da wird ich hin. Da macht ihr sogar noch ein bisschen Tic-Tac. Tic-Tac? Da Tic-Tac sogar noch ein bisschen. Ich hab's gestört. Da wo die, 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 die Umkleidekabinen sind. Ah, da. Hallo. Wo ist denn die hin? Ich glaube, jemand von euch muss noch losgehen wegen Tamara. Ja. Nimm ich Pech ab, krieg ich sie nicht. Aber ich versuch's. Ja, da liegst du aber. Das macht doch nichts. Ich hink doch noch nicht. Ich hatte schon Glück und er hat mich verloren. So, ich muss mal gehen. Oh, es ist ja noch ein Schenknall. Voll geil. Nochmal. Ach, komm. Oh. 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 Oh, ich hab's schon schweig gehabt. Wow. Oh, komm. Oh, komm. Oh, komm. Der wär jetzt mindestens schon bei der Hälfte. Minimum wenn ich sogar schon dreimal fertig. Ja, aber wirklich. Also ich muss mitgehen. Die Tante rennt da oben rum. Ich kann nicht, ich bin dead on hook. Ja, ja, alles gut. Der rennt da irgendwo noch rum und die Tante schleicht da oben rum wie so ein Gemüsestäbchen. Mutti, verkackt wird auch fleißig, du checkst. Gar nicht wahr. Nee, hab's gesehen. Oh, fuck. Löcheln. Wo war das so drin? Hier, irgendwo da hinten. Der im Garten war fast fertig. Ich glaube, er hat von mir abgelassen. Hallo. Na, er ist bei uns zum Schäden. Na, versteckst du noch dazwischen geworfen, aber er hat dann von mir gleich losgelassen. Boah, der ist wieder bei der Hälfte. Oh ja, er klemmt halt hier an. Ich kann nicht mehr so sein. Jetzt da wird safe. Ich darf jetzt hier herkommen. Okay. Okay. Denke ich mal, also schenken wir da geht's safe, im Main. Keine Ahnung. Genau, eigentlich die meisten dort erst gucken. Oh, da geht's doch nirgendwo lang. Ach komm schon. Ja, da ist Main gewesen. Er geht jetzt aber in diesen links, der ist irgendwo links weg. Ich hätte den fast aufgedeckt. Okay, die Tante, die ist hinten. Ah, der ist hinten, bei der drüben, also wenn du zur Hauptkalle kommst, bin ich grad dran. Ja, die Tante kommt da. Wie sie schon an der Tierverstandung gewartet hat. Wo ist ein Felsen? Er wird traurig sein, hallo? Da ist er doch am Eck. Hm. Ja. 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 Ja.